Sie lieben Licht und Sonne? Wir auch. Und mit den ebenso stilvollen wie effektiven Sonnenschutzsystemen vom Hanro Montageservice können Sie die Kraft der Natur sicher und bequem genießen. Rund um Freising bieten wir unseren Kunden elegante Terrassenüberdachungen und Pergolen, praktische Carports, moderne Rollläden und Rolltore, schöne Markisen und Sonnensegel sowie verschiedene Lösungen rund um Innenbeschattung und Insektenschutz. Warum Sie auf uns vertrauen sollten? Da gibt es fünf gute Gründe. Erstens, wir bieten Ihnen eine umfassende individuelle Beratung. So finden wir die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen und können den architektonischen Kontext perfekt in Szene setzen. Zweitens, wir verfügen über eine außergewöhnlich große Auswahl an verschiedensten Designs, Materialien sowie Anwendungsmöglichkeiten. Drittens, bei uns können Sie sich stets auf Top-Qualität verlassen. Um unseren Kunden ausschließlich das Beste zu bieten, setzen wir auf ausgewählte deutsche und italienische Hersteller, die seit Jahren durch ihre hochwertigen Produkte überzeugen. Viertens, beim Hanro Montageservice bekommen Sie alles aus einer Hand. Von der Beratung vor Ort über die Erstellung der Fundamente sowie Elektroanschlüsse bis hin zur Endabnahme. Bei uns können Sie also von einem echten Rundum-Service profitieren. Und zu guter Letzt schätzen unsere Kunden unsere professionelle Montage. Ganz egal, welche baulichen Voraussetzungen Ihr Zuhause mit sich bringt, unsere erfahrenen Mitarbeiter sorgen für eine fachgerechte Montage nach Herstellervorgaben und geltenden EU-Normen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen oder kontaktieren Sie uns einfach. Wir freuen uns schon auf Ihren Auftrag.